ja ja den wir ja wieder gestorben sind wieder einmal herzlichen willkommen hier bei mir beim opa bei star citizen selbst schuld diesmal selbst schuld helm nicht angehabt wieder mal und da hatte ich zwar ein helm bin trotzdem gestorben keine ahnung ob das jetzt ein bug war oder auch irgendein fehler von mir kann ich den anspringen jetzt warum nicht warum nicht warum nicht aber ich setze meine route das hier dauert dann doch sonst zu lange bis ich das hier alles gefunden habe so da gibt es immer noch die päckchen auf wahl ich kann dir nicht setzen ich kann überhaupt nichts setzen lassen jetzt schon wieder los auch kommen geht doch so ich muss um 6 an halt ja wo ist jetzt um 6 ganz ruhig opa keine panik da ist ich da ist der planet dreht das ding mal rum geht doch so jetzt aber gut jetzt gehen wir mal gucken die kisten sollten ja noch da sein ich weiß jetzt nur nicht kann aber sei es die eine nicht mehr da ist warum geht das jetzt wieder nicht mal mal wir z droht so das bult tut es aber nicht warum das bult das bult das bult Ich bin noch im Einzugsbereich von dem Planeten. Es ist hier irgendetwas, was ich anspringen kann, da kann ich ja raus. Warte mal, machen wir jetzt mal anders. Und dann auch nicht. Warte mal, machen wir jetzt mal anders. Keine Ahnung, irgendwas ist hier faul, er will nicht da hinspringen. Und wir sind doch, ja, wir sind immer noch nicht da, wo wir wollen. Ich muss mal erstmal hier von dem Planeten hier weg. So, Clear Route. Okay. Geht auch nicht. Das geht. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Jetzt sind wir mal ein Stück den Planeten weggeflogen. Ich habe jetzt keinen Bock darüber zu fliegen. Ne, das ist falsch. Da will ich hin. Clear Route. Voilà. Set Route. Okay. Oh Gott. Ich gucke das schon hin, irgendwann. Ich gucke das schon hin, irgendwann. Ich gucke das schon hin, irgendwann. Ja, das ging eben nicht, weil er da näher im Weg war. Ich hätte mir aber auch keinen anderen Sprungpunkt, oder ich habe den falschen Sprungpunkt angewählt. Kann natürlich auch noch sein. Ich weiß es nicht. Ich bin nur gespannt, ob die Päckchen da noch da sind und ob die Rüstungen da vielleicht nochmal in... Die hatte ich ja noch nicht weggeräumt. Die waren ja noch im lokalen Ordner. Ja, glaube ich zumindest. So kann ich da direkt hin hüpfen. Das wäre natürlich gut. Ja. So, ich werde es im Kalender rot anmalen, wenn ich mal eine Mission schaffe ohne irgendwelche Probleme. Aber die Hausgemachten mit dem Helm nicht anziehen, die kann ich keinem die Schuld geben außer mir selbst. Wäre schön, wenn sie noch da wären. Aber es kann sein, dass das im Schiff drin ist und dann kriege ich es auch nicht raus. So, wir kommen ja... So. So. So, so. Mein Schiff wird ja wohl noch da stehen, glaube ich, ne? Aber wieder viel zu schnell. Oder? Na gut. Geht, geht, geht. So, gehen wir mal runter. Ah, hallo. Ah, ich werde jetzt schluderig. Ich mag es schon. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, leise. Ja, ja. Ja, ja. So, ich weiß nur nicht, ob die Kisten jetzt noch hier sind. So, wir überleben aber jetzt hier. Ah, jetzt bin ich doch verkehrt geflogen, ne? Ja genau, da ist nämlich jetzt mein Schiff und da ist das Päckchen drin und ich krieg es nicht raus. Und du musst aber hier noch eins abladen. Achso, das ist ja das Quatsch. Ja genau, da drin ist das Päckchen und ich krieg es nicht raus. Da liegt mein, ah, da liegt meine Leiche. Ähm... Loot. External, Local. Ich krieg wieder alles. External und Local darüber. Das auch noch. Ach, ich hab wieder alles, ich hab tatsächlich alles wiederbekommen. Das ist schon mal sehr gut. Da liegt ja jetzt der Gute, aber ich krieg das Päckchen hier jetzt nicht raus, ne? Natürlich nicht, ich krieg das Ding ja nicht auf. Open Storage, ja. Ist natürlich noch ein bisschen was drin. Schieb alles rüber, nützt mir aber nichts. Und die Mission ist dahin. Dann das Päckchen liegt ganz da vorn. Wäre ja ein Ding, ne? Ob ich das so rausbekäme. Ja, man sollte auch die Glauben, ach ja gut, ich war ja am Sterben deshalb. Okay, komm, halte ich nicht auf. Ist halt so. Ich bin froh, dass ich meine Sachen wieder hab. Das Päckchen ist dahin. Gehen wir mal kurz rein gucken, ob noch was her zu holen gibt. Ne, mach ich nicht, komm, ich hör ab. Die Mission kann ich abbrechen. Selbst schuld. Das andere Päckchen, das müsste aber auch hier liegen, oder nicht? Ne, das liegt nicht hier. Ne, das liegt nicht hier, natürlich nicht. Da hängt immer noch die Waffe rum, mit der kann ich auch nichts anfangen, glaube ich. So, aber wir nehmen das ganze Gerümpel hier mit, jetzt zumindest mal das, was reinpasst. So, local, auf alle Fälle unsere Rüstung. Das geht mit, auf jeden Fall, das, das, Ballermann, schon ist das Ding voll, ne? Ah, ne, 57, stopp. Was noch? Ne, geht nicht mehr, 7, 97. Ja, Moment, die Rüstung. Und den Brust, ah ne, den Brustpanzer könnte ich, ja, theoretisch anziehen, aber. Bringt mir nix, ähm, ja, die würde ich schon gern noch, oder kann ich die auch anlegen? Ah, doch, die kann ich auch anlegen, klar. Ah, okay. Das Multitool kann ich anbringen, habe ich da jetzt zwei. So, ah, der Rest bleibt jetzt erstmal hier. Irgendwann kommen wir vielleicht wieder hier hin. Attachment, ja, das machen wir da rein. Wenn er noch versucht, das da mit rauszubekommen, ne? Ja, Getränke nehmen wir mit. 70, wir haben noch, wir haben noch Platz, warum nehme ich denn da nicht noch was mit? Ich glaube, der, 74. Ich glaube, die Hosen hier, die waren auch recht ergiebig, was Kohle angeht. 77. 77. 77. Die beiden nehmen wir noch mit. Ich bin da jetzt ein. Achso, das ist, hm. Ähm, ja, okay. Ja, gut, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. Ähm, ja, die, den Rucksack, wo ist denn der Rucksack? So, hab ich den Rucksack nicht mehr an. Ähm. Ähm. Hallo? Ich muss jetzt mal den Rucksack hin. Rucksack. Ähm. Ähm, Rucksack mit minus 32 bis 62, minus 37 bis 67, 20 Prozent, 20 Prozent ist das Gleiche. Ah, 4000 am Account, was immer das ist, ich weiß es noch nicht. Das sieht nach mehr aus, kann man das austauschen? Ist das jetzt auch weg? Ah, ich bin aber auch. Ja, aber mein Rucksack, wo ist der Rucksack jetzt hin? Geht da irgendwo was rein? Ne. Die Waffe? Oh, nicht. Das Multitool aber, ne. Das geht auf jeden Fall. Ach, das hab ich mal nicht. Ja, das nehmen wir auch mal an, Mann. Das ist mir der Rucksack weg. Ah, ich find das ja so furchtbar. Siehst der irgendwo da durchgeglitscht? Da liegt der hier irgendwo rum. So, aber das muss ich mal gucken, ob, ne, das funktioniert nicht. Das offenbar auch nicht. Lebe noch, ja. So, haben wir jetzt... Ah, der Rucksack ist weg. Aber ich hab das Ding hier, kann das hier rein oder ist das da drin? Fuck, Turbine. Kriegen wir das noch mit? Das kriegen wir noch. Oh, guck an. Da ist das gute Zeug und ich kann es nicht... Oder warte mal, geht das noch in den hier rein? Warum hat der jetzt meinen Rucksack fallen lassen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Okay, nochmal. Da war doch diese wunderschöne Rüstung. Wo ist denn die jetzt da? Die will ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn sie passt noch. Ja. So, sonst noch was. Geht die auch noch mit? Ne, das ist vom Platz her nicht machbar, ne? Nehmen wir den Multitools mit. Das passt auf jeden Fall noch. Das nehmen wir auch dazu auch noch mit. Und, oh ja, meine Munition. Die kann ich ja nicht hier lassen. Und meine... Und noch ein Multitool. Dann nehmen wir die Schuhe mit, die kann man verkaufen. Was ist das noch? Das ist dann von mir aus auch noch. Okay. Gut. Und Traktorstrahl funktioniert mal wieder nicht. Oder ich mach was falsch. Traktorbeam. Ja. Machen wir das rein, vielleicht. Oder ich sollte mal ein anderes Multitool probieren. Ich hab jetzt keins mehr, ne? Ich werd noch verrückt. Drop the Package. Da ist es drin und ich krieg's nicht raus. Na gut. Mal gucken, ob da was Sinnvolles drin ist. Dann tausche ich das nochmal aus. Das Multitool. Gute Mantel, noch ein Multitool. Ja, der passt natürlich nirgendwo rein. Und klar. Okay. Ah, das passt jetzt hier auch nicht mehr rein. Oh Gott. Da auch nicht. So. Jetzt packe ich mal beide Multitools weg. Mache das neu rein. Mache das andere auf die andere Seite. Mache das hier rein. Ja. Hat er genommen. Okay. So. Noch einmal. Hier. Da steht auch eine Null. Warum? Da steht 200. Gut. Jetzt nix. Wir fliegen dann. Ist das blöd, ey. Das ist dumm. Was? Wollt ihr das Bein abnehmen oder was? Ja, aber schick dich nicht auf, ist klar. Aber das ist ja auch richtig so. Ich will nicht wissen, warum dir das Bein jetzt hier so ... Okay. Ähm ... Ich sollte dann vielleicht doch mal noch da reingucken. Hopp. Passiert nix, ne? Ne. Hier sind ja so viele Gebäude, die habe ich ja noch gar nicht ... so richtig wahrgenommen. Vielleicht finde ich ja noch eine rote Kiste mit einem Rucksack. Ehe Zeit nehmen wir uns jetzt. Ich steck das mal weg. Zumindest mal eine rote Kiste. Ja. So, was haben wir hier? 40 Damage Reduction. Die hat 20. Also, die mal da rein. Passt da gar nicht rein. Wahnsinn. Dann machen wir die mal hier rein und die ziehen wir an. Das war schon mal gar nicht so schlecht, ne? Gut. Okay. Ja. Das muss man ja eben seannt? wieder diese Parkplätze. Läuft nach hinten rum. Spieler. Ist er jetzt da rein? Da brauche ich da gar nicht mehr rein, dann hat er nämlich da alles gelootet. Gut, ich schaue auch jetzt ab. Ja, auf geht's. Ist ja meine, ne? Ja, muss man aufpassen. Okay, Maschinen an. Die andere Mission noch anwählen, die werde ich jetzt noch machen. Das kriegen wir jetzt noch hin. F11 war Verträge, kann ich glaube ich auch direkt drücken. Gut, die kann ich und trage. Habe ich jetzt die verkehrt abgewählt? Ich bin sowas von durcheinander. Hä? Die wollte ich eigentlich… Bin verwirrt. Definitiv. Stopp. Nochmal. Jetzt. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Accepted. So, die haben wir noch. Die andere habe ich weggeschmissen. Das ist jetzt auch doof. So, und das ist das, was wir jetzt hier machen sollten. Eigentlich, ne? Die andere, die noch gut war, die habe ich jetzt… Ja? Da geht's! Launch. Complete. Landing gear, Retracted. Ja, falsche Taste. Ich fliege jetzt heim. Ist jetzt Schluss. Ja, ich fliege jetzt. Ja, ich fliege jetzt. Kann ich die, ja, kann ich die Mission ja auch, aber das bringt immer Nachteile, wenn du sowas machst. Das bringt einfach nur Nachteile. Zack, weg damit. Doof. So, ab nach Hause. Ich fliege jetzt. Ich fliege jetzt. Es scheint Tag zu sein. Das ist doch mal sehr schön. Da fliegen wir da jetzt mal hin. Nee. RR18 will ich doch. RR18 will ich doch. Ich will ja gar nicht nach Akkub machen. Ach, blöd. Der RR18 finde ich jetzt so auf die Schnelle ja wahrscheinlich eher nicht. RR18. RR18. So, da fliegen wir hin. Ja, genau. RR18. 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 Oder? Oder? Nee, er fliegt ins Dunkel, ja. Naja, macht nix. Üben wir das Nachtfliegen nach RR18. RR18. Nix. Oh, voll im Dunkel, ne? RR30. So, wir fliegen jetzt erst mal genau drauf los, bis wir… Ja. Ich lege dich. so mal kurz umgucken kann nämlich sein dass was so schon sehen es geht hier in den dunklen bereich rein das ist immer das problem hier so da irgendwo stopp stopp kiste mal wieder gerade drehen runter gucken runter stückchen ich denke mal falsch rum so gehen wir mal die außenansicht dann sehen wir das doch schön langsam bleib in der richtung mit y drehen wir das ganze und ja dahinten sind noch die beiden schilder es ist also doch ein tick hier rüber dieses angestrahlte gebäude und dahinten sind die beiden violetten diese beiden pinken pöbel schilder wie auch immer genau so jetzt gehen wir noch mal rein ins schiff schalten hier das ganze wieder auf kommunikation ist ja noch nichts da das wäre ein bisschen übertrieben so wo sind die habe ich mich jetzt weggedreht da ist es da sind diese schilder selbst man weiß im dunkel finde ich es besser wie im hell ja perfekt ja perfekt 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 da hinten ist es so die frage von oben nach unten oder von der seite kurz mal gucken was hier aussieht ist irgendwas offen da ist doch was offen oder nichts offen dann ist es doch mal an der seite oder nee da ist er da ist offener aber nicht so kleinen moment jetzt muss ich noch mal gucken da doch von der anderen seite ne 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 da ist es ich sehe es ein bisschen licht aber nützt nichts hier ist so warte mal da fliege ich glaube ich jetzt besser so rein das ist mir glaube ich sympathisch haben die klappen raus perfekt das klappt zumindest schon mal ok gut dann räumen wir hier noch aus haben wieder viel gelernt viel blödsinn alles rüber ja local bitte ich bin ja schon mal froh dass wir unser ganzes zeug wieder haben bis auf den rucksack der ist leider weg ja gut da kann ich meinen neuen auch nicht so trage ich einen vielleicht verkaufen ein paar hosen und ein paar rucksäcke das mache ich aber auch noch jetzt der ist runter gefallen und weg war das ist jetzt schon ja kann sein dass auf belgini point rumliegt so auf geht's ich werde diesen kram noch verkaufen haben wir wenigstens ein bisschen kohle noch gut gemacht die waffe behalten wir natürlich die haben wir jetzt wieder aber da hatte ich auch nicht mehr dran gedacht man kann die eigenen leichen ja looten machen wir erstmal wieder rein sehr schön so auf geht's gucken wir erstmal was wir so haben äh stopp darüber ob es sich lohnt irgendwas zu behalten aber ich verschlampe ja eh alles da können wir es ja verkaufen die guten Brustrüstung die haben wir ja behalten da kaufen wir jetzt einen Rucksack dazu und haben wir das zumindest wieder konvention center wieder mal falsch gelaufen das ist hier timing super ja also area 18 finden im dunkeln tatsächlich besser als im hellen hellen habe ich jetzt mal noch richtig probleme gehabt aber jetzt im dunkeln muss ich sagen sehr gut was ich jetzt mal grad gucken kann eine mission haben wir ja erfüllt da hoffe ich doch zumindest dass ähm jetzt ein paar mehr deliveries ne ich muss die tatsächlich nochmal machen dass ich ich habe so viel Mist gebaut jetzt und deshalb ich muss nochmal übersetzen was das hier ist mit der search mission eine minute ne ich mach die kiste ich mach die kiste wieder und ähm damit ich die wieder äh die großen noch die mehrere die mission mit den drei vier oder fünf kisten ich bin noch nicht ganz sicher ob ich die in die mustang rein bekomme weil eigentlich passen da vier kisten rein aber ich weiß jetzt nicht was das für kisten sind habe ich noch nicht ganz gerafft das hat irgendwas mit dem gewicht zu tun mit den so auf geht's ja musst hier überall hinlaufen ist nichts mit schnell mal hin porten oder beamen oder was weiß ich hat schon was ich finde es gut so was müssen wir mal hier herum und da hinten so war das ich weiß gar nicht hatte ich eigentlich klamotten mit hier reingebracht ja ja die werden wir auf jeden fall erst mal verkaufen so verkaufen da ist das schon mal sehr schön die kann weg das kann weg schuhe immerhin 120 das ding 390 so als getränk behalten wir gut kaufen wenn wir hier nichts gehen wir noch in die rüstungsladen in den ammoladen kaufen uns einen rucksack wieder mal hier haben sie wieder alles weggeworfen irgendwann kaufe ich mache ich das auch nicht mehr aber okay erst mal verkaufen mal gucken was haben wir so der match 20 prozent einzige schöne hier ist die farbe weg an der suite und den helm lassen wir waffe magazine behalten wir und die multi tools behalten wir auch so dann kaufen wir einen wie heißt das ding und blättern durch backpack da sind sie 50.000. 40.000. 50.000. Sie sind auch gleich, glaube ich. Warum auch immer ein Unterschied ist. 50.000. 100.000. Aber ich glaube, das sind, ich weiß nicht, ob ich die an die Rüstung hier dran bekomme. 100.000. Ich nehme den mal mit. Das ist, glaube ich, auch gut für Mining. 2,50. Die geben wir jetzt aus. Haben wir ein bisschen was verkauft. Schauen mal. Hallo. Grüß dich. Sorry. Ich brauche meine Privatsphäre, wenn ich mich anziehe. Opa. Ich weiß nicht, ob der da drauf passt, ne? Doch. Und wie der da drauf passt. Dann können wir die Waffe nämlich schon mal dranhängen. Und auch schon mal, ach, guck mal hier, neun Sachen kann man hier dran bauen. 2, 3. Da haben wir was richtig Gutes gefunden. So, genau. Helmut Undersuite behalten wir. Das Multitool haben wir jetzt dabei. Es funktioniert nur noch nicht. Ich weiß nicht, warum. Finden wir auch noch raus. So, dann machen wir das in den Rucksack. Da geht 100k. Das ist doch schon mal sehr gut. Wo ist auch egal, wo wir das reinmachen. Kann ich auch hier lassen, oder? Egal. So, damit sind wir wieder versorgt. Wir sind recht gut bestückt hier. Gute Rüstung. Das sind die Magazine für die Waffe. Okay. Ja, damit wären wir durch. Können wir uns hier ausloggen. Dank mich fürs Zugucken. Bis dann.